Servus Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial von Flash. Heute geht's um Rome, Rome, weißt du Bescheid, muss ich dir alles synchron, Multiplayer, kaputt, alles kaputt. Ja, und zwar geht's ja um den bekannten Fehler, dass der Multiplayer-Spielstand irgendwann kaputt ist, beziehungsweise der Spieler, mit dem ihr spielt, wenn ihr Host seid, kriegt die Meldung, Spielstand nicht mehr kompatibel, blablabla, muss beenden und ja, das war's dann. Ihr habt dann schon 100 Runden oder so gespielt oder 80 Runden oder seid halt schon sehr weit und könnt den Spielstand wegschmeißen oder ihr macht das, was ich euch jetzt zeige. Und zwar geht ihr zuerst in AppData, das ist der Ordner, wo auch Minecraft und so drin ist, den kennt ihr wahrscheinlich schon, für die Leute, die da Minecraft schon ein bisschen so rumgefummelt haben und so weiter. Geht ihr auf Creative Sampley, auf Rome und da gibt's hier zwei Spielstände, einmal der Singleplayer, einmal der Multiplayer, dann geht ihr auf den Multiplayer logischerweise. Und kopiert die Dateien raus, also kopieren, nicht ausschneiden oder so, sonst habt ihr keinen Spielstand mehr, kopieren. Und schickt die eurem Kollegen, mit dem ihr den Spielstand spielen wollt und den Fehler habt, schickt ihr per E-Mail oder überhaupt, oder über FTP oder über Teamspeak, Datentransfer oder Facebook oder was weiß ich, irgendwo, wo ihr halt Daten schicken könnt. Und der kopiert das dann genau hier rein, bei sich. Dann habt ihr wieder ein Synchronspielstand und könnt Rome weiterspielen. Und das muss man halt wahrscheinlich öfter mal machen, ist halt nervig, weil die Entwickler irgendwie keinen Bock haben oder keine Lust, so einfach zu faul sind, mal dazuzulernen, das endlich mal gescheit zu machen. Weil bei Shogun gab's das schon, beim Add-on von Shogun und überhaupt bei Multiplayer, bei Total War Spielen. Und das ist einfach nur, also bei der Kampagne meine ich jetzt, normale Gefechte funktionieren, soweit ich weiß. Normal, aber bei der Kampagne gibt's den Fehler halt schon länger. Und ja, das, ne, ich meine, das ist zwar ein gutes Spiel, aber das sind so Geschichten, die müssen einfach raus und das ist einfach nur unverschämt vom Entwickler. Ja, und das muss ich auch nochmal sagen, wenn die Entwickler das sehen, was wahrscheinlich eh nie machen, dann, ne, lernt man endlich dazu. Und anstatt immer 50 Euro zu verlangen und 2000 Euro noch für Download-Content für irgendwelche griechischen Schnöselfraktionen, weißt du, macht das lieber meine Ordnung hier, das wäre gescheiter. So, da wünsche ich euch noch viel Spaß mit Rome und falls ihr Fragen habt, fragt und dann helfe ich euch. Bis dann, euer Flash.